Hallo, mein Name ist Kerstin Jasper. Ich bin didaktische Leiterin in der IGS in Längede. Wir verwenden ITS Learning seit diesem Schuljahr und mich begeistert insbesondere zum einen die Arbeit mit den Lernfaden, weil ich denke, dass unsere Schüler sehr viel differenzierter und individualisierter lernen können, als es ohne Lernmanagement der Fall wäre. Und ich denke, dass auch die Lernverbindlichkeit massiv steigen wird, weil doch das Abgeben von Arbeitsaufträgen in Form von Dateien oder ähnlichem zu bestimmten Zeitpunkten einfach Aufgaben und Ergebnisse nicht mehr flüchtig sein lassen und letztlich auch eine Feedbackfunktion mit sich bringen, die es mir ermöglicht, den Schülern individuelle Hinweise zur Weiterarbeit zu geben und so jedem Schüler eine Stufe weiterzubringen, als er bisher erreicht hatte und so stetig am Fortschritt arbeiten kann.